ja hallo meine lieben bei chaos kitchen 51 heute zum letzten teil zweier leckere rezepte bei der kooperation eistee welche initiiert worden ist vom kanal senf dazu vom lieben pascal hier nochmal herzlichen dank für die nette einladung ja und heute soll es zwei rezepte um 15 uhr geben eins von mir und eins vom kanal natürlich lecker und wie gesagt schaltet beide ein und bleibt bis zum ende bitte dran da bekommt ihr noch mal weitere informationen in einer endcard wo ihr auch eine playliste findet wo alle kanäle noch mal verzeichnet sind weiterhin findet ihr natürlich alle kanäle besonders für unsere handy nutzer in der infobox da sind alle links noch mal verzeichnet und da könnt ihr euch die einzelnen kanäle mit den tollen eistee rezepten noch mal anschauen ja jetzt kann ich nur noch mal sagen viel spaß mit den beiden rezepten wie gesagt ab 15 uhr auch beim kanal natürlich lecker anschauen und noch mal herzlichen dank bei pascal ich wünsche euch jetzt viel spaß bis bald bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.